Servus Leute was geht und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal Leute Und ja wie man sehen kann bin ich im PC drin bzw. ich recorde meinen Bildschirm Das hat auf jeden Fall einen einfachen Grund denn wie ihr es im Team lesen könnt Reacted Moji auf mein Video von dem Merch Unboxing Video Und das schauen wir uns auf jeden Fall an Das habe ich mir schon kurz angeschaut Und ich würde echt gespannt was die Leute so in den Kommentaren geschrieben haben Bzw. hier in dem Chat Weil ihr seht hier mein Bildschirm ist halt in der Übertragung vor 22 Tagen Und ich bin gerade bei dieser Szene halt da wo man mich sieht Mal schauen was er sagt Mal schauen wie lang das Video sein wird Aber ich glaube auch nicht so lang Also 10 Minuten werden wir reagieren Ich werde ein bisschen rüber skippen und so Also Leute lasst dir jetzt schon mal ein Like da Und Moji wenn du das Video siehst Kuss geht raus Du Ohrläppchen zutzler Let's go alter Moji Match Geile Scheiß Alle schreiben ja auch im Chat halt Ja so in Scope oder irgendwas Nacho Oder irgendwie sowas halt Und niemand hat so gedacht wie das ich dran komme Geile Scheiß Da bin ich Das kann man sich irgendwann mal geben Hier oben rechts seht ihr bei dieser nächstes Video Red Bull aus Auto rausgeworfen Geiler Scheiß Also ich mache gerade mein Mein Bild halt nicht groß Also so Soll ich so machen oder klein Ich weiß es nicht Weil dann seht ihr den Chat nicht Wir schauen einfach nebenbei was die Leute im Chat schreiben Also machen wir es einfach groß Let's go So wir skippen Wir skippen mal rüber Wo er anfängt Genau hier Let's go Also wir gehen rein Der junge Mann hat sich Merch gestellt Wir gucken mal was er zu sagt So Leute was wiederbekommen zu Ein weiteres Ah sorry Ich bin fertig noch auf 1,2,5 Mal nochmal Und ja Leute Wie ihr zu dem lesen könnt Heute werde ich was auspacken Und zwar Einen leckeren Merch Und zwar Ich habe das gesehen Die Post ist auf meiner Straße Also das Auto Und es warf ich Aufs Klingeln Und dann Anboxen Und wir gehen dann Geil Der Allerechte Junge als ob er Fix nicht kennt Alter wie cringe muss es sein Wenn ein Wenn Moji halt Mein Video anschaut Wenn die Post kommt Mit seinem Paket Mit seinen Merch Hä Ich weiß nicht Let's go Da ist das Ding Meint ich ja Meint ja Das ist unnormal Crunch Wenn man sein eigenes Paket Das jemand es unboxt Das einfach Das Video anzugucken Also es ist irgendwie voll surreal Wenn ich ein Video angucke Wie ein Typ Sich was von mir bestellt Also wie ein Typ Sich mein Hoodie bestellt Und dann noch ein Video drüber macht Und es ist auf YouTube Problem Das ist voll Es ist voll crazy Graf für mich Skorpion Danke für den Geschenk Kein Problem Mach ich beim nächsten Hoodie auch Scherde on'n Flieg Alter Nein Digga Ich hab schon Wenn ich wirklich Bei was bestellt hätte Dann würde ich Natürlich beim ersten Mal Direkt auspacken Und kein Video drüber machen Ich hab schon Zwei Merches von dir Und zwar den Season 3 In orange Den in weiß In normalen Und dann noch Den normalen Season 2 Merch Den hab ich auch Ja Haribo Gold Das war geil Alter Erstmal Lieferschein Die Kamera zeigen Das ist einfach Werbung Das ist halt wirklich Ne Werbung Geil Oh du hast mich geküsst Oh mein Gott Ja genau Jetzt schreibt einer Wenn ich mir das nächste Mal Was von dir bestelle Mach ich auch so ein Unboxing Geiler Scheiß Haribo Haram Wie er sich Freudvoll süß Eher Männer zahlen Für Moji Nur mal Aber generell Aber generell Finde ich mega geil Dass dir so Gute Sachen In deinem Schirm Nicht so Boah Hurensohn Oder ein anderes Video Bitte Oder das ist scheiße Das will ich mir nicht gönnen Aber dein Community Ist echt krass Alter Die ist einfach Das ist einfach Die Moji Fam Alter Die Moji Fam Held zusammen Ja genau Meine Damen Meine Damen Auf jeden Fall Wenn ich mir wieder was beschädigt Vielleicht werde ich mir eine Größe bestellen Also nicht mehr 11 Sondern X11 Weil das ist vielleicht so Ja viel besser Für nichts Alter Wie ist Dank Vielleicht bin ich einer Von den coolen Dankeschön Dankeschön Weil der Merch ist halt echt krass Muss ich ehrlich sagen Alter Die Verarbeitung ist halt ganz geil Das Gute ist Das wird so oft gewaschen Bei mir Also halt Ich Ja wenn es dreckig ist Wasch mal das halt Und Digga Das geht halt nix ab Das bleibt Das haftet So wie es ist Das einfach krasse Qualität Also Jungs Bescheid bei Moji Geile Quali Beziehungsweise bei 3D Supply Ähm Ja Die machen sehr gute Sachen Ja Muss aber auch mal sagen Ist aber auch ein Also Es ist einfach ein schöner Hobby Digga Kann man nicht Kann man nicht Kann man Kann man einfach nicht anders Anders sagen Aber es ist ein süßer Digga Ohne Bitte Ich finde den sehr charmant Und süß Auf nur Humo Ja Dankeschön Und da hinten auch Alter Mega krasse Wir haben proper Moji Zückerlie Zückerlie Ich küsse dich Und ja Ich würde sagen Ich veränder auch Von dieser Ferne Kleine Das kleine Video Ist gut alter Outro Sympathisches Kerlchen Oh Ein Like Erstmal in die Kommentare Lesen Was für Leute schreiben Mega geil Auf jeden Fall Mega geil Alter Danke Moji Doch für die Reaktion Digga Oh Willkommen schon Kommentar Man Man Kann Sich Küssen Geiler Geiler Scheiß Nee Also War 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 Ein süßes Video Digga Wirklich War Ein sehr sehr süßes Video Äh Süß Danke War süß Danke An der Stelle auch Bruder Falls du das liest Wenn du das Video hier siehst Oder ins Stream Oder was auch immer Ich reakte drauf Oh mein Gott Freut mich dass dir der Hoodie gefällt Gerne gerne Werde ich machen Werde ich haben Auf jeden Fall bin ich zufrieden Ja Leute ich würde sagen Das war es mit dieser Reaction von mir Beziehungsweise von ihm Eigentlich reaktor halt da drauf Von seiner Reaction Also vom Stream Ja irgendwie so Auf jeden Fall Moji Danke nochmal für die Für die Reaktion Deine Community ist halt Mega korrekt Die schreiben halt Nur positive Sachen Alter Ähm Mega geil auf jeden Fall Ähm Mal schauen ob ich mal mit Meine Roller Chicks klären werde Mit deinen Moji Merch Vielleicht bringt er mir Glück Vielleicht bringt mir auch Kein Glück Ähm Aber ich bestimmt Aber bestimmt schon Bringt er mir Glück Also Leute ich hoffe euch Hat das Video gefallen lassen Like da Ähm Nochmal danke Leute Muss ich ehrlich sagen Genau Leute Ähm Danke nochmal für die 100 100 Likes Eigentlich habe ich nur eine Like also 101 Likes Ähm 1300 Aufrufe Mega geil auf jeden Fall Und da seht ihr den Ehrenhaften Kommentar 46 Likes hat er Sympathisch kann sich küssen Geiler Kommentar auf jeden Fall Äh das ist auch der echte Weil klar Ja Auf jeden Fall Leute Würde ich sagen Ich mache Ich werde das Video War geiler Geiles Video Lassen like dir Lassen Kommentar da Ähm Wir sehen uns dann wahrscheinlich Im nächsten Stream Apropos Streams Habt ihr Bock wieder auf Streams So Gaming Streams Oder so Schaut bitte in den Kommentar Ich weiß nämlich nicht Was ich machen soll Also Leute macht's gut Haut rein Und Peace